Larissa Loing in der Vorbereitung, die Kanadierin. Sie wird das Schwebebalkentonen für diese Riege beenden. Wunderschön ausgeturnt, dieser einarmige Handstand. Meldsenken in den Streitsitz. Die 16-Jährige aus der Nähe von Toronto. Vor etwa einer Stunde beim Einturnen, da hat gerade dieses Teil perfekt geklappt draußen in der Aufwärmhalle. Und das tut natürlich auch weh und dies, ob schon dieser Schwebebalken ja seit einigen Jahren abgepolstert ist mit einer Teppichauflage. Salto rückwärts, Achtung, Larissa. Jelena Ignatova erhielt übrigens 9,325. Damit ist sie noch gut weggekommen. Der Doppelseiter zum Abschluss von Larissa Loing. Schade. Auch sie hat hier vertont. Und auch sie machte schon mal ein freundlicheres Gesicht. Das allerdings, dieser Angang, dieser Aufgang, der einarmige Handstand, das war ein sehenswerter Übungsteil. Da braucht man nicht nur Balancegefühl, sondern auch die entsprechende Kraft. Der Doppelseiltor, die Beine leicht geöffnet. Britton Thomas, fl grain beträgt ist. Dann optimistisch ist. We tienen chiun. Ver Achssity. Du halst nicht.